Ihr wisst ja, ich bin ein Schnellschießer und deswegen schieße ich auch jetzt mal wieder schnell. Einer meiner beliebten Schnellschüsse sozusagen. Ich bin ja schon seit ich denken kann und ich glaube auch noch davor, von jeher von dem, was wir so allgemein als Fußball kennen, in einem Maße gelangweilt, das sich nur schwer in Worte fassen lässt. Da laufen 22 Leute hinter einem Ball her, alle verfehlen sind dem Mann im Schwarz und ich weiß beim besten Willen nicht, was mich daran interessieren soll. Dazu kommt noch, wenn, sagen wir mal, Bremen gegen Hannover spielt, da ist kein Bremer dabei, da ist kein Hannoveraner dabei, ich zweifle manchmal, ob überhaupt noch Deutsche dabei sind, warum soll ich da Lokalpatriotismus entwickeln? Also so alle vier Jahre, vielleicht mal zur Weltmeisterschaft, werde ich für kurzzeitig mal Lokalpatriot für Ghana oder die Elfenbeinküste oder sowas. Und Europameisterschaft ist ja auch alle vier Jahre, also hin und wieder jubel ich auch. Vielleicht zum Beispiel für Holland mal gucken, also auch für Deutschland bis heute, das kommt schon vor. Aber generell Fußball, äh. Was ich hingegen immer wieder mal gern gucke, das ist so einmal im Jahr, irgendwann, ich glaube Anfang Februar, wenn mitten der Nacht von Sat.1 der Superbowl im American Football übertragen wird. Da habe ich festgestellt, das ist interessant, das gucke ich mir an, das ist was ganz anderes. Ich habe nichts davon verstanden, aber es ist unterhaltsam. Und jetzt seit ziemlich genau einem Jahr, also wir haben wohl letztes Jahr damit angefangen, wird auf ProSiebenMax, wird die NFL Season übertragen. Das Interessante übrigens, deren Spielzeit geht immer nur von, ich glaube September bis Januar oder so. Den Rest des Jahres gibt es keinen NFL-Football. Und dabei habe ich festgestellt, boah, ist das geil. Es ist mir auch relativ egal, wer dagegen wen spielt. Inzwischen kenne ich zwar einige Namen, aber ich habe da eigentlich keine großen Bevorzugungen. Ich sage höchstens, das Green Bay Packers Shirt ist farbenfroher als man es, wenigstens das von den Giants oder so. Aber im Grunde ist es ziemlich egal. Ich freue mich einfach über das, was da abgeht. Und damit ihr euch auch freuen könnt, Subjekt, Prädikat, Objekt, könnt, dachte ich mir, erkläre ich mal eben schnell American Football. Es gibt bereits ungefähr eine Milliarde Videos zum Thema, wie geht American Football. Aber die habt ihr nicht gesehen, sonst würdet ihr euch das hier nicht angucken. Also, American Football für Leichtgläubige, kurz und schmerzlos erklärt. Das Spielfeld ist, erstmal grob gesagt, 100 Yards lang. Ein Yard sind ungefähr 91 Zentimeter, also das eigentliche Spielfeld von da bis da. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ich drehe mal um hier. Die geht auch dafür. Also von da bis da ist das eigentliche Spielfeld. Das ist ungefähr 90 Meter lang oder 91 von mir aus. Und dahinter ist dann jeweils die jeweilige Endzone, die nochmal etwa 10 Yard lang, nein, die etwa genau 10 Yard lang ist. Und die Endzone ist im Grunde das, was man als das Tor bezeichnen könnte. Ja, da gibt es dann zwei Mannschaften, die ungefähr schätzungsweise 100 Mann stark sind, von denen aber jeweils immer nur 11 pro Team auf dem Platz sein dürften. Und dann kriegt die eine Mannschaft den Ball und hat dann vier Versuche Zeit, 10 Yard weiterzukommen. Ihr kennt das, die stellen sich da alle hin, irgendjemand schreit, hu hu hu. Und dann rennen sie alle gegeneinander und irgendwo fliegt ein Ball rum. Und ja, da haben die vier Versuche Zeit für Zeit. Und ja, entweder sie schaffen es, dann wird einfach, wenn sie ein Stück weitergekommen sind, dann ist da, wo dann sie auf die Schnauze gefallen sind, sag ich mal, da kommt dann der nächste Versuch, den sie haben, wieder 10 Yard weiterzukommen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann kriegt das andere Team den Ball. Und zwar genau da, wo sie gescheitert sind. Und das kann böse werden. Sie haben, ich habe mir einen heimischen Zettel versteckt, damit ich wenigstens Stichworte habe, wenn ich schon Unsinn rede. Sie haben, wie gesagt, vier Versuche. Meistens natürlich, wie beim amerikanischen Sport ja auch üblich, wird das Ganze eingeenglischt. Da hört ihr immer erst, first down and ten. Das ist der erste Versuch und sie haben noch 10 Yard zu machen. Also jeder neue Versuch, der beginnt, kann immer nur first down and ten sein. Da sind ihr meistens unten eingeblendet irgendwo 1st für first, so ein geschnörkeltes Unzeichen und eine 10 dahinter. Das ist first down and ten. Wenn sie jetzt meinetwegen bei dem geschafft haben, jetzt 5 Yard weiterzukommen, dann steht da anschließend second and five. Das heißt dann der zweite Versuch und sie müssen noch 5 Yard schaffen. Wenn sie aber dann beispielsweise beim dritten Versuch böse aufs Maul kriegen und im Gegenteil sogar nach hinten gehen, dann kann er plötzlich third and fifteen stehen. Oder third and twenty-five, weil sie irgendwie zig Yards nach hinten gedrückt worden sind, weil irgendwas schiefgegangen ist, Quarterback sack, kommen wir gleich auch nochmal zu. Ja, warum werfen die den Ball so selten und rennen stattdessen wie die Irren in der Gegend rum? Ja, außer dem Quarterback, der den Ball ganz offensichtlich nach vorne wirft, den erkläre ich übrigens auch gleich nochmal, dürfen die anderen glaube ich alle nur entweder seitwärts oder rückwärts werfen. Deswegen kommt es sehr selten vor, dass außer dem Quarterback irgendjemand einen Ball wirft. Es kommt aber vor, ich habe schon mal einen Spielzug gesehen, der dann allerdings auch als Besonderheit präsentiert wurde, wo er irgendwie 6, 7, 8 Mal immer nach hinten geworfen wurde, weil die Situation wurde immer katastrophaler und sie konnten immer nur schnell den Ball noch wegwerfen, weil sie sonst immer weiter nach hinten gedrängt worden wären. Und der Brüller war dann, dass einer plötzlich den Ball wieder nach vorne warf und sie hatten tatsächlich ein neues First Down. Ein neues First Down ist das, was sie sagte, sie haben von dem ursprünglichen Punkt, von dem sie 10 Yards nach vorne hätten machen müssen, davon aus gesehen haben sie tatsächlich 10 Yard geschafft. Wenn wir also praktisch mal davon ausgehen, ich dachte, das Spielfeld wäre verschwunden. Wenn wir also davon ausgehen, dass sie hier in der Mitte, sagen wir mal ein First Down hatten aus irgendwelchen Gründen und das wurde immer weiter nach hinten, immer weiter nach hinten, dann reicht das, wenn der dann von ganz hinten den Ball hier nach vorne wirft. Das muss nur leider glaube ich der Quarterback sein. Die anderen dürfen ja immer nur seitwärts und müssen dann vorwärts rennen. Einer hat es jedenfalls geschafft, ist durchgerannt und hat tatsächlich 10 Yards zusätzlich da noch geschaut. Ja, seid ihr verwirrt? Alles klar, dann machen wir gleich weiter. Touchdown, was ist der Touchdown? Der Touchdown ist das, wenn der Kommentator ruft Touchdown! Wir würden sagen Tor oder was auch immer. Nämlich dann, wenn sie auf diese Methode bis übers Feld gebückelt sind oder wenn sie ganz viel Schwein haben, wenn sie hier anfangen und dann rennt einer wie die Sau durch alle Verteidiger und schafft es hier rüber in die gegnerische Endzone. Das ist dann ein Touchdown. Dabei reicht es, wenn der Spieler mit dem Ball über eine Ecke hinwegfliegt oder wie auch immer, er muss nur irgendwie mit dem Ball in diese Endzone kommen. Er muss nicht, wie beim, ich glaube bei Rugby ist das so, dass der Ball den Boden berühren muss, mitsamt dem Spieler dran. Das ist hier nicht nötig. Der Spieler muss den Ball nur unter Kontrolle haben. Das ist wichtig. Wenn also einer mit diesem Ei da durch die Gegend torkelt und hinfliegt, dann hat er den Ball wohl nicht unter Kontrolle, sondern man muss ihn schon so oder demonstrativ in der Hand irgendwie muss man ihn unter Kontrolle haben. Das ist wichtig. Das ist ein Touchdown. Der bringt sechs Punkte. Warum bringt der sechs Punkte? Keine Ahnung. Es ist halt so. Es gibt sechs Punkte. Wenn die jetzt einen Touchdown gemacht haben, dann kommt noch der Extra Point. Das heißt, die Mannschaft, die gerade ein Tor erzielt hat, darf von, ich weiß nicht, 25 Yard, egal, irgendwo von hier jedenfalls, dürfen die noch so eine Art Freistoß machen. Und der Gegner versucht das zu verhindern. Und wenn sie das schaffen, dann gibt es einen Punkt extra. Das ist der Extra Point. Und wenn sie daneben semmeln, dann nicht. Wohin semmeln die? Dafür steht dieses komische Torgestänge hier. Wie so eine riesige Stimmgabel sieht das aus. Und wenn der dann von da hinten den Ball zwischen den beiden Torstangen hindurchsemmelt, dann gibt es einen Extra Punkt. Also einen Touchdown plus Extra Point. Sieben Punkte. Das klappt meistens, aber nicht immer. Es kommt vor, dass der Panther schlicht daneben schießt. Und es kommt auch vor, dass die gegnerische Defense Line dann vorstürmt und tatsächlich irgendwie den Ball da abfängt. Aber es kommt nicht so oft vor. Dann gibt es noch das Field Goal. Wenn zum Beispiel die, sagen wir mal, bis hierhin vorangekommen sind, von da aus bis hier rüber, haben aber ein Fourth Down, also ein First, Second, Third oder Fourth, ein Viertes Down, wenn sie das jetzt nicht schaffen, die 10 Yard weiterzukommen, dann würde der Gegner an genau dieser Stelle den Ballbesitz bekommen und könnte gleich von da anfangen, statt von da hinten zum Beispiel. Ja, und dann gehen die selten das Risiko ein, so ein Fourth Down auch wirklich auszuspielen, sondern dann machen sie ein Field Goal oder versuchen ein Field Goal. Das ist dasselbe wie dieser Extra Point, nur von irgendwo vom Feld aus. Und ja, wenn sie das schaffen, gibt es drei Punkte immerhin. Also dasselbe wie beim Field Goal, nur dass man da drei Punkte kriegt, vermutlich, wenn man in der Regel deutlich weiter weg ist. Wie auch immer, sie würden viel lieber einen Touchdown machen. Stattdessen verlieren sie definitiv bei diesem Versuch, ein Field Goal zu machen, den Ball. Deswegen machen sie es ungern, aber sie machen es lieber, bevor sie also den Ball dann ohne Field Goal Versuch versemmeln. Naja, so ist das. Dann gibt es auch noch, um die Konfusion perfekt zu machen, eine sogenannte Two Point Conversion. Ich habe auch in der Wikipedia nicht wirklich rausbekommen, was eine Two Point Conversion wirklich ist. Es gibt jedenfalls eine Möglichkeit, auch zwei Punkte zu kriegen. Vielleicht erklärt das ja irgendjemand hier in den Kommentaren oder im Video, wo es genau beschrieben wird. Yellow Flags! Es springen auf dem Spielfeld, sage und schreibe sieben Schiedsrichter umher. Die braucht man auch und die sind auch sehr streng. Und immer wenn irgendwo irgendwas passiert, fliegt da eine Yellow Flag. Das ist im Grunde ein gelbes Tuch mit einer Gummikugel vorne drin oder sowas. Und dann fliegt das Ding irgendwo hin, nämlich da, wo das Foul passiert ist. Und dann kann man nämlich hinterher sehen, da hat was passiert, da ist was passiert, da ist was passiert. Und in seltenen Fällen, wenn ein Schiedsrichter gleich zwei Fouls sieht, fliegt erst die Yellow Flag und dann fliegt seine Mütze hinterher. Die kommt dann auch in die Ecke, gilt also praktisch auch wie eine Yellow Flag. Das wird dann hinterher, wenn der Spielzug zu Ende ist, abgearbeitet. Das ist einer der größten Unterschiede zum Fußball. Wenn beim Fußball ein Foul passiert, pfeift der Schiedsrichter sofort ab. Das ist beim American Football nicht so. Da ist das so, dass dieser Spielzug erst mal zu Ende gespielt wird. Und dann erst geht es darum, was ist da gerade gemacht worden. Warum? Das ist ganz einfach. Und zwar, das was beim Fußball ist, wenn der Schiedsrichter Vorteil gelten lässt, das gibt es sozusagen auch beim American Football. Und nur dass es da, glaube ich, die Trainer entscheiden oder ob das der Hauptschiedsrichter entscheidet, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Trainer entscheiden das oder die Quarterbacks. Auf jeden Fall kann man da praktisch sagen, nein, wir wollen nicht, dass der Gegner bestraft wird, weil der Spielzug, so wie er gelaufen ist, viel vorteilhafter für uns. Ist also wie Vorteil. Das heißt dann, Penalty is declined, sagt dann der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist mit Funk normalerweise verbunden, mit der Lautsprecheranlage. Also jedes Mal, wenn der irgendwie Strafen anzeigt, dann geht so die Hand zum Gürtel, wo der Funk eingeschaltet wird und dann zack, zack, dann gibt es also die Handzeichen und außerdem erklärt er, was weiß ich, Holding, Offense, number so und so viel, Five-Yard-Penalty. Das heißt, dann müssen die so und so viele Yards wieder zurück. Das Erstrafen werden also nicht mit gelbe Karte, rote Karte, gibt es natürlich auch, aber nur für ganz krasse Sachen oder Freistoß oder so was. Sondern da gibt es immer von den Yards, die sie mühsam erarbeitet haben, werden dann so viele Yards einfach wieder abgezogen, müssen sie wieder ein Stück zurück. Und das tut natürlich weh. Das ist meistens so, weil bei kleinen Krampen ist das fünf Yards, dann kann das aber auch zehn. Ich habe auch schon 15 Yards gesehen, gerade so unsportliches Verhalten, was da relativ selten ist, also viel seltener als beim Fußball, das wird also auch mit 15 Yards, das macht schon Aua. Die Klaren habe ich erzählt, Challenge, ja, es gibt nicht nur eine gelbe Flagge, es gibt auch eine rote. Die kann der jeweilige Coach des Teams ins Feld schmeißen. Und das ist dann eine Challenge, er challenged die Entscheidung der Schiedsrichter. Das heißt, wenn der Coach sagt, nee, das war nicht so, dann kann er diese Flagge schmeißen und dann wird das under review. Dann gibt es nämlich Leute mit Videobeweis, die es in Ruhe angucken und dem Schiri per Funk dann sagen, du, pass auf, das war so und so, während das Stadion dasselbe längst gesehen hat über die riesigen, großen Projektionswände. Das heißt, diese Geschichte wie beim Fußball, das komplette Stadion hat gesehen, dass das kein Tor war, nur der Schiedsrichter hat ein Tor gesehen und damit ist die Sache erledigt. Das gibt es beim American Football nicht. Mittlerweile gibt es den Videobeweis ja auch beim normalen Fußball. Also, da waren die Amerikaner uns ewig voraus. Das heißt, wenn das ganze Stadion sehen kann, das war kein Penalty, kein dies nicht, kein das nicht, der Schiedsrichter kann es jetzt auch sehen. Genau, Red Flag, das kann er glaube ich aber nur so und so oft. Der kann also nicht jedes Mal, wenn ihm was nicht passt, einen Red Flag schmeißen, sondern ich glaube, dreimal pro Spiel. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Dann gibt es noch die sogenannten Timeouts. Ihr kennt also mal Timeout. Das kommt aus dem Football und Timeout heißt nicht nur, wir halten mal eben die Zeit an und ihr könnt eine Runde bequatschen. Timeout wird auch sehr strategisch benutzt. Zum Beispiel, wenn der Gegner einen unglaublich wichtigen Punt hat, sprich, so einen Abstoß, der auf große Entfernung in dieses Tor Spielentscheidung geht, dann kann man relativ Gift draufnehmen, dass wenn der Panther Anlauf nimmt, dass dann die anderen Timeout fordern. Das wird auch sofort gegeben. Das heißt, der Panther schießt, dass der Ball ist schon außer Wertung, bevor er da ankommt und damit versucht man dann den Panther durcheinander zu bringen. Also es wird sehr, sehr strategisch eingesetzt, auch um in den letzten paar Sekunden noch was rauszureißen. Egal. Ich habe schon gesagt, elf Mann dürfen auf dem Feld sein. Es kommt durchaus vor, dass plötzlich einer sagt, 12 Players on the Field. Da hatten sie aus Versehen ein zu viel drin. Weil Auswechseln ist nicht wie beim Fußball, also zwei pro Spiel oder vielleicht auch mal drei pro Spiel, sondern die können so viel auswechseln, wie sie wollen. Das heißt, das ist schon mal eine Offense Line und eine Defense Line. Das heißt, wenn das eine Team im Ball besitzt ist, dann sind die Leute, die da stehen, die diesen Ball vorwärts bringen sollen, das ist die Offense Line. Das sind dann häufig so Kühlschränke gepaart mit kleinen wieselflinken Rändern. Und auf der anderen Seite steht dann eine Defense Line. Die Defense Line wird entsprechend defensiv ausgestellt, also ganz andere Spezialisten. Das ist aber noch lange nicht alles. Es gibt noch ein Special Team für besondere Gelegenheiten. Dann gibt es noch, wenn ein Kick-Off ist oder irgendwie ein Punt, dann gibt es da wieder Spezialisten für. Also ein riesen Kommen und Gehen auf dem Feld. Ich bin immer verblüfft, dass die Schiedsrichter das überhaupt im Auge haben. Aber soweit ich weiß, gibt es Leute, die hocken oben im Stadion irgendwo, sind mit Funk, mit dem gegnerischen Team verbunden und sagen, die haben zwölf Leute auf dem Feld gehabt und rups, rennt dann der Coach hin und sieht hin, die haben zwölf Leute auf dem Feld. Also mit ganz anderen Pandagen wird da gekämpft als Fußball. Offense Line, Defense Line, Panther, Kick-Off, Faircatch. Der Kick-Off, Anstoß, ist nicht wie bei uns, der Ball kommt in die Mitte und einer hat gewonnen, sondern das Team, das Anstoß hat, in Anführungszeichen, muss von ungefähr hier den Ball wegschießen und die anderen dürfen ihn fangen. Der Trick ist natürlich, man will den Ball so weit wie möglich hier hinschießen. Man darf aber auch nicht zu weit, sonst landen sie automatisch an der 25-Jahr-Bahn und man darf auch nicht zu kurz, dann dürfen sie natürlich viel früher anfangen, was man ja auch nicht will. Und dann gibt es noch den Faircatch, das heißt, wenn ein Spieler hier rennt und dann rennen er solche Kühlschränke auf ihn zu und er sagt, ich will nicht über den Haufen gerannt werden, das ist mir viel zu gefährlich, dann kann der einen Faircatch anzeigen. Das bedeutet, im Klartext zeigt irgendwas an, das Zeichen habe ich nie begriffen, ob das nur einfach kurz Hand hoch ist, keine Ahnung, sagt mit diesem Faircatch, ich laufe hier aber auch nicht weiter, ihr braucht mich nicht zu stoppen. Viele Sachen im American Football sind tatsächlich so, dass sich die Leute nicht verletzen. Die Spieler kosten richtig Geld, es geht um viel Kohle und wenn da einer wegen irgendeinem Kasperkram ausfällt, ist das sehr, sehr teuer. Deswegen gibt es eine Menge Regeln, die die Leute einfach gesund halten sollen, was ich für sehr sinnvoll halte. Ich muss meinen Timeout mal ein bisschen anders einstellen, ne? Quarterback, was ist ein Quarterback? Ihr werdet jedes Mal beim Anschluss sehen, beide Teams stehen so gebückt voreinander und einer steht irgendwie ein bisschen weiter hinten. Das ist der Quarterback. Der Quarterback kriegt praktisch beim Anschluss den Ball dann zugespielt, also beim Beginn des Zuges den Ball zugespielt, hat jetzt so ungefähr zwei, höchstens mal drei Sekunden Zeit, die gesamte Entwicklung im Vorfeld zu betrachten, wo laufen seine Spieler hin, welchen könnte er erwischen, welcher von diesen Angreiferschränken hat mich gleich am Wickel und an den letzten Bruch der Sekunde diesen Ball auf unglaubliche Entfernung mit unglaublichen Geschwindigkeiten so zu werfen, dass ihn der eigene Spieler gerade noch im Vorwärtslaufen erwischt, während alle anderen verteidigten Spieler nicht mehr an ihn rankommen könnten. Dieser Mann ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Deswegen macht das auch überhaupt nichts, wenn irgendwelche Spieler in Grund und Boden gestampft werden, das gehört zum Spiel dazu, aber wenn irgendjemand den Quarterback unnötig anranzt oder anrempelt oder so, das ist wie beim Eishockey der Torwart. Wenn irgendjemand dem Torwart in die Quere kommt, dann sind da sofort ein paar sehr geladene breite Herren dabei, die bereit sind, Ärger zu machen. Das ist eigentlich die einzige Ecke, wo es wirklich beim American Football Ärger gibt, nämlich wenn man den Quarterback unnötig angeht, dann sind die Herrschaften ungehalten. Und die sind vom Format, also wenn so zwei Meter Leute mit 150 Kilo, die möchte man nicht ungehalten sehen, schon gar nicht, wenn sie nicht aus Fett, sondern durchtrainiert aus Muskeln bestehen und dann auch so einen Berg an Ausrüstung oben drauf gepackt haben. Quarterback, wie gesagt, der Mann muss richtig, richtig, richtig was kann, der ist spielentscheidend, absolut spielentscheidend, guter Quarterback. Dann gibt es noch einen Haufen andere, von denen ich keine Ahnung habe, was das heißt, dann rennt da der Safety rum, dann gibt es einen Linebacker, dann gibt es einen Running Back, es gibt einen First Tackle und was weiß ich nicht, keine Ahnung, was das heißt, ist mir auch scheißegal, solange es ein geiles Spiel gibt. Was ist ein Tackle? Ein Tackle ist, wenn man jemanden über den Haufen rennt, nein, nicht ganz richtig, also wenn man einen davon abbringt, der einen Ball in der Hand hat, und davon abbringt, weiterlaufen zu können, das ist im Grunde ein Tackle, wenn man ihn von den Beinen holt, sozusagen, da gibt es bestimmte Techniken, wenn man das elegant macht, hey, das war ein schöner Tackle, oder eben, wenn man mit so einem Kühlschrank in einen reinläuft, auch das kann ein Tackle sein, wenn mit Arm und Beinen wirbelt, verschwindet dann der Ballträger zwischen den gegnerischen Spielern, die an der Seite warten, das ist immer sehr drollig und unterhaltsam. Ein Sack, Sack ist was ganz Blödes, wie gesagt, die Offense Line wirft den Ball zurück zum Quarterback, und der guckt jetzt wie ein gehetztes Kaninchen, wo schmeiße ich ihn hin, und wenn er dann von den Gegnern erwischt wird, praktisch während er nach hinten, eigentlich nach hinten so ein bisschen Gelände gewinnt, und dann über den Haufen gekramt wird, das ist ein Quarterback-Sack, ein Sack, weil so eine Sack-ähnliche Gasse da entsteht, und das ist sehr, sehr blöd, weil das ist einer von diesen Fällen, wo dann zum Beispiel nicht die Second Down and Ten, sondern plötzlich Second Down and Fifteen, weil es nach hinten geht statt nach vorne. Also ein Sack, da freuen sich dann die, die den Sack geschafft haben, die freuen sich auch immer wie Bolle dann. Dann hätten wir noch einen Fumble, was ist ein Fumble? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man den Ball fallen lässt, und zwar auf eine Art, in einer Position, in einer Stellung, wo der herumhoppelnde Ball von jedem Spieler aufgenommen werden darf, und der ist noch gut. Das heißt, alles fängt panisch an, nach diesem Ball zu schnappen, und wenn es dem gegnerischen Team gelingt, so einen Ball zu schnappen, dann sind die plötzlich in Ballbesitz. Der rennt dann wie blöde auf das eigene, also von seiner Sicht aus, gegnerische Tor zu, und Panik, Alarm, Wahnsinn, und auch dann, wenn so ein Fumble passiert, und der Gegner kriegt den Ball, dann freut die sich natürlich wie Bolle, wie so, er rummelt mit einem Kaninchen, und wie, ja, geil. Fumble ist also, das sei, die man vermeiden sollte, incomplete, incomplete pass. Wenn man den Ball schmeißt, und er den fangen soll, fängt ihn nicht, und er prallt ab, oder er landet sonst wo, dann ist es ein incomplete pass. Das heißt, im Klartext, der Ball hat sich so gesehen nicht bewegt. Wenn also das first down and ten war, dann ist das second down auch ten, hat sich da nichts geändert. Äh, Interception, das ist genauso schlimm wie ein Fumble. Wenn der vom Team A den Ball zum Team, äh, zu seinem Fänger da wirft, und einer vom Team B erwischt ihn, dann kann er sofort losrennen in die Gegenrichtung, und versuchen, Punkte zu machen. Das ist dann eine Interception, also abgefangen. Im Grunde ist das wie ein Fumble, ohne dass das Ding durch die Gegenkugel, sondern das mit ihm sofort fängt. Das war eine Interception. Spielzeiten. Das ganze Spiel dauert eine Stunde, unterteilt in, äh, viermal 15 Minuten. Ähm, es gibt College-Regeln. Also das, was ich meistens sehe, ist NFL, National Football League. Ähm, die College-Regeln, also Regeln für College-Spieler, sind etwas, etwas anders. Ähm, ich gehe da jetzt nicht auf Details ein. Zum Beispiel sind die Viertel nur zwölf Minuten lang. Ähm, es gibt auch einen NFL-Spieler, wenn er den Ball fängt, muss er noch mit beiden Füßen im Feld sein. Bei College-Regeln reicht, wenn er ein Fuß im Feld ist. Aber das sind Sachen, die müsst ihr nicht wirklich wissen. Halftime. Ja, das ist die Pause zwischen dem zweiten und dem dritten Drittel. Ihr kennt das vom Super Bowl. Da gibt es eine Wahnsinns-Show mit, äh, Superstars, mit wirklich Weltstars mittendrin. Äh, wie gesagt, das ist immer irgendwann im Februar. Ähm, nehmt es euch auf. Guckt entweder wirklich live den Super Bowl, dann seht ihr garantiert eine Megashow. Oder guckt bei YouTube einfach mal nach Halftime-Show äh, der vergangenen Jahre, Super Bowl. Ihr werdet immer unglaubliche Acts erleben. Ich glaube, letztes Jahr war es jetzt beispielsweise Madonna und dann kommt noch irgendwie Coldplay als Zwischendurch-Gast. Also, das ist hammermäßig. Äh, Two-Minute-Warning. Das ist auch so eine Sache für sich. Normalerweise bleibt die Zeit nicht stehen, es sei denn, irgendwas Besonderes passiert, dann wird die Zeit angehalten, zum Beispiel, wenn ein Touchdown passiert ist. Äh, ich glaube auch während der Werbeblöcke wird die Zeit auch angehalten, weil das ist amerikanisches Fernsehen, also gibt es natürlich Werbeblöcke, die bei uns aber nicht übertragen werden. Stattdessen wird irgendwie kurz Zusammenfassung gezeigt. In den letzten zwei Minuten jedes Viertels bleibt die Uhr auch stehen, wenn der Ball einfach nur seitlich rauskugelt. Das kann sehr, sehr taktisch ausgenutzt werden. Diese zwei Minuten können sich ganz schön hinziehen, äh, wird aber immer sehr interessant. Das ist so ein bisschen wie Schach. Äh, es ist schon sehr viel Strategie im Spiel. Gehört zu den Sachen, die Football wirklich interessant machen. Dann gibt es 40 Sekunden bis zum nächsten Zug. Also wenn ein Zug abgeschlossen ist, vom First Down zum Second Down beispielsweise, dann haben die 40 Sekunden, 30, 45, ich glaube es sind 40 Sekunden Zeit bis zum nächsten Anstoß. Das erwähne ich deswegen, weil, ähm, ihr seht dann unten, also für euch etwa hier, hier, seht ihr dann immer so Balken eingeblendet, wo die Spielstände und, äh, das wievielte Viertel läuft und wieviel Uhrzeit, da läuft dann auch immer so eine kleine Uhr mit Sekunden runter, das sind diese 40 Sekunden. In den letzten fünf Sekunden wird die auch plötzlich quietschrot und ihr werdet im März einmal sehen, dass der Mann, der diesen Ball zum Quarterback zwischen den beiden nach hinten durchpfeffert, dass der aber wirklich im letzten Sekundenbruchteil losgeht. Und es kommt immer wieder vor, dass die Uhr abgelaufen ist und es kommt auch vor, dass ein Spieler sich zu früh bewegt. Also die müssen einigermaßen stillstehen, bevor der Ball bewegt wird, weil sonst so ein völliges Chaos entstehen würde, vermute ich mal. Egal, gehört zu den Sachen, die ihr nicht zwingend wissen müsst. September bis Januar, habe ich schon gesagt, zum, rein interessant, es gibt die National Football League und dann gibt es zwei Conferences. Es gibt irgendwie die East und die West Conference und zum Jahres, also es ist ungefähr so, als hätten wir zweimal die Bundesliga. Und zum Jahresende kommen, ich glaube, die ersten drei Spieler jeder Conference, Spieler, Teams jeder Conference plus eine Wildcard, also vier letztlich aus jeder Conference, spielen gegeneinander nach dem K.O.-System, das nennt sich die Playoffs und wer das gewinnt, die beiden Teams spielen dann im Superbowl gegeneinander. Falls ihr euch mal gefragt haben solltet, wer da eigentlich beim Superbowl spielt. Das ist ungefähr so, als hätten wir zweimal Bundesliga und beim Superbowl würden die Gewinner der beiden Bundesliga gegeneinander spielen, wer nama spielt, klar. Und so ist bei den Amerikanern auch. Ich glaube, weltweit über eine Milliarde Zuschauer und die Werbeeinblendung, die kosten, ich glaube, 100.000 Dollar pro Sekunde oder so. Also wenn ihr bei YouTube Spaß ist, halber nach Superbowl und Pipapo sucht, ihr kriegt ein paar höchst interessante Dinge zu sehen. Spielzahl NFL Play auf Superbowl. Karte vor dem Mund. Ihr werdet es öfter mal sehen, wie der Coach am Rand, die haben ja da alle Funk, also so ein Dings am Ohr, wie der so macht und warum? Das gegnerische Team hat im Zweifel in der gegenüberliegenden Tribüne irgendwo ganz oben mit Ferngläsern Leute sitzen, die Lippen lesen können. Das heißt, das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, dass die das mit Lippen gelesen haben, haben das runtergefunkt zu ihrer Coach und die wussten dann, wie der Spielzug aussieht, der als nächstes kommt. Also das ist schon sehr viel technisierter als bei uns die ganze Geschichte. Höchst interessant. Ich glaube, das war es eigentlich jetzt auch. Hier steht nur noch unten drunter, mir egal, wer gewinnt. Ja, ist es mir vollkommen schnurz, wer von den beiden Teams gewinnt. Ich kenne die meisten nicht beziehungsweise nicht genug, um irgendwie Fan zu sein oder so. Ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwelche Dinge passieren, wo man sagt, das glaubst du doch gar nicht. Wenn der den Ball, was weiß ich, 70 Jahre zweit schmeißt und der eine Fänger zwischen vier Gegnern kriegt das Ding irgendwie, kugelt auf der Erde rum und hat den Ball und hat dann da passieren Sachen oder es gibt ja diese kleinen Leute, wie heißt das noch, nicht Passspiel, sondern wenn einer den Ball fängt und dann einfach mitten durchrennt. Da haben die so die Leute, die eben nicht ganz zwei Meter messen, sondern eher so als 70 und dann sehr quirlig sind, wo die sich überall durchwinden, das geht oft keine Kuhhaut. Manchmal guckt man da hin, sieht diese ganzen Koffer von Kerlen und die schaffen das nicht, den Kleinen aufzuhalten. Egal, wie dem auch sei, zur Zeit ist es so, jeden Sonntag auf ProSiebenMax ab ungefähr 18.30, 19.00 Uhr werden pro Abend zwei Spiele übertragen, das dauert bis tief in die Nacht, bis 1 ungefähr, also Spielzeit 60 Minuten, Übertragungszeit mehr als zwei Stunden und falls euch das noch nicht reicht, manchmal kriegt man Samstags auf Eurosport irgendwelche Junior League oder sowas zu sehen aus dem American Football und es gibt auf ProSiebenMax auch noch eine Coach's Corner, das ist glaube ich Dienstagabends, also heute, nämlich heute ist Dienstag für mich, ihr guckt es vielleicht später, also für euch wahrscheinlich nicht und Coach's Corner geht los um 22.05 und anderthalb Stunden später wird noch mal der fünfte Spieltag gezeigt, komplett oder zusammengefasst, das weiß ich jetzt gar nicht, weil mir ist das meistens dann doch schon zu spät in der Nacht. Ja, 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 gut, zu meiner größten Verblüffung habe ich festgestellt, hier in Rüderhude nebenan, ich bin ja hier in Osterholz-Scharmbeck und nebenan zu Rüderhude die haben ein Football-Team und es ist einfach gar kein schlechtes. Ich glaube, die spielen sogar Erste Liga oder so, sind irgendwie dieses Jahr aufgestiegen, wie auch so vieles andere hat mich das nicht interessiert, aber ich gehe immer mal wieder mal gerne hin, da fahre ich hier vielleicht 10 Minuten hin, Eintritt kostet irgendwie 6 Euro, wenn sie Bundesliga, also irgendwie ein Ligaspiel, wie immer das mit der Bundes heißt, austragen und da kriegt man schon geboten, natürlich nicht so groß wie bei der NFL, das ist mehr so Hinterhof für Amerikaner, aber für unsere deutschen Verhältnisse ist durchaus lustig, gerade wenn das Wetter schön ist, fahre ich da gerne mal hin, guck mir den Zirkus an, bejubele jeden Trara, der da passiert, ganz egal für welches Team und finde das sehr unterhaltsam. Ja, ich glaube, das war es schon. Vielleicht habe ich jetzt den einen oder anderen so ein bisschen angefixt und wenn es euch Spaß macht, freue ich mich, irgendwelche Kommentare zu hören. Ich werde auch weiterhin Passivspieler bleiben, ich habe zwar durchaus den Körperbau für irgendwie so einen Tackle oder sowas, aber ich glaube, ich bin ein bisschen alt und meine Knochen sind mir auch zu wertvoll, um mich da niederwalzen zu lassen. Ja, 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 wer Spaß dran hat, guckt sich doch einfach mal hier ProSiebenMax das abends an und auf jeden Fall kann ich immer nur empfehlen, sich den Superbowl rein zu pfeifen oder eben bei YouTube einfach mal nach dem Superbowl zu gucken, weil da drehen die Amerikaner kollektiv durch und das zurecht, weil es ist wirklich eine Riesenparty. Amerikaner, also Deutsche gehen zum Fußball, um sich zu prügeln. Bei den Amerikanern kannst du zum American Football kannst du einen Fünfjährigen mitnehmen. Da passiert nichts. Die stehen rund ums Stadion vorher schon rum und grillen den halben Nachmittag. Das ist Friede voller Eierkuchen, das ist ein Familienfest. Kein Mensch kam da auf die Idee, sich die Birne reinzuhauen, weil Mannschaft A gegen Mannschaft B nicht mag oder sowas. Dieses Fußball ist ein Fußballproblem und Football ist davon völlig losgelöst. Jetzt reicht es aber. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit mal wieder genommen habt, hier zuzuhören. Nein, ich spare mir jetzt mal den Hinweis auf meinen Gamekanal. Ich glaube, den kennt ihr sowieso schon. Vielen Dank und bis dann.